Ist Rauchen Sünde? Gute Frage. Es gibt erstmal Gelehrte, die sagen, Rauchen ist Sünde und Gelehrte, die sagen, Rauchen ist Makro. Was sagen wir? Ja, so cool ist Makro, dann gib mir die Zigarette. Oder was sagen wir? Was haben wir eben gelernt? Wir haben eben gelernt, dass Allah im Koran sagt, Wenn ihr in einer Sache einen Zwiespreit seid, geht zurück zu Allah und dem Gesandten. Wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt, dann sagen wir, okay, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir hören an, was die Leute sagen, die sagen, es ist Makro. Und wir hören an, was die Leute sagen, die sagen, es ist Haram. Erstmal, was heißt Makro? Makro kommt von dem Wort Keria Yakrahu. Das heißt, der verabscheut das. Allah verabscheut das. Und Allah sagt im Koran, Ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, willst du etwas tun, was Allah verabscheut? Nein. Okay, kein Problem. Jetzt sagen wir, was sagen diejenigen, die sagen, Rauchen ist Makro. Was sagen die? Die sagen, die beziehen sich auf eine Fatwa von vor 300 Jahren oder von vor 200 Jahren. Weil zur Zeit des Propheten hat man nicht geraucht. Und sie sagen, Rauchen ist Makro, weil man danach einen üblen Geruch bekommt. Wie beispielsweise, sagt der Prophet, man soll nicht für einen Knoblauch und Zirung gestern in die Moschee kommen. Und sie sagen, durch diesen Geruch, ja, durch diesen üblen Geruch ist das Makro. Jetzt, die Zeit hat sich geändert und wir haben jetzt neue medizinische Erkenntnisse. Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und ein Selbstmord auf Raten. Jetzt zum Beispiel, wir sagen jetzt beispielsweise, Coca-Cola ist erlaubt. Oder bei Coca-Cola sagen dann einige, okay, sagen wir, Brause ist erlaubt. Limonade ist erlaubt, okay? Limonade ist erlaubt. So, jetzt sagt jemand, aber unter bestimmten Bedingungen kann Limonade vielleicht haram sein. Oder sagen wir was anderes, Nutella ist erlaubt. Aber unter bestimmten Bedingungen kann Nutella haram sein. Wann? Wenn zum Beispiel jemand zuckerkrank ist und es ist ja wiesen, wenn er das Nutellaglas mit dem Löffel leer isst, dass er danach stirbt oder ins Krankenhaus muss. Dann wird Nutella für ihn haram. Jetzt, wann wird Nutella noch haram? Für alle Leute, wenn sich ergibt, dass Nutella beispielsweise krank macht. Oder dass sich ergibt, dass in Nutella Alkohol drin ist. Dann sagen wir, Nutella ist haram. Dann sagen wir, wir haben früher gesagt, Nutella ist erlaubt. Nach unserem Wissen, was wir hatten, denn wir wussten nicht, dass Alkohol drin ist. Aber heute wissen wir, Alkohol ist drin. Das ist verboten. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, Nutella ist Alkohol drin. Ich habe das jetzt nur als Beispiel gebracht. Jetzt rauchen hat man rausgefunden, dass gesundheitlich ist. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, man soll sich nicht selber schädigen, keinen anderen schädigen. Und Allah sagt im Koran, Und die moderne Medizin sagt, Rauchen ist Selbstmord auf Rate. Also kann sich jeder die Antwort selber geben? Ja. Denke ich. Ob das Haram oder Makru ist.